Franz Josef I. Gebürtig Erzherzog Franz Josef Kall von Österreich Aus dem Haus Habsburg-Lothringen war von 1848 bis zu seinem Tod im Jahr 1916 Kaiser von Österreich. Mit einer Regierungszeit von nahezu 68 Jahren übertraf er jeden anderen Regenten seiner Dynastie. Gleichzeitig war er König von Böhmen und apostolischer König von Ungarn. Nach dem Regierungsverzicht seine Sonkels Ferdinand I. Nach den revolutionären Erhebungen von 1848 trat der erst 18-jährige Franz Josef am 2. Dezember 1848 auf Wunsch seiner Familie dessen Nachfolge als Kaiser von Österreich an, nachdem sein Vater verzichtet hatte. Er hob die Verfassungszugeständnisse auf und regierte ab 1851 absolutistisch und zentralistisch. Die militärischen Niederlagen im Sardinischen Krieg und im Deutschen Krieg zwangen ihn zur Verständigung mit den Ungarn und zur Umwandlung des einheitlichen Kaisertums Österreich in zwei konstitutionelle Monarchien. Der Ausgleich von 1867 schuf die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn als Realunion zweier Staaten. Außenpolitisch wuchs unter seiner Regierung der Gegensatz zu Russland in der Balkanfrage, während er sich immer enger an das deutsche Kaiserreich anlehnte. Da sich Franz Josef I. in Cis-Lithenien innenpolitisch-föderalistischen Reformen verweigerte, blieb der sich stetig vergrößernde Nationalitätenkonflikt die zentrale Problematik des Vielvölkerstaats. Die anhaltenden Spannungen auf dem Balkan und die starke Überschätzung von Österreich-Ungarns militärischen Möglichkeiten mündeten 1914 in Franz Josefs' Kriegserklärung an Serbien, der aufgrund der Bündnisautomatik der Erste Weltkrieg folgte. Der Tod Franz Josef Schamm 21. November 1916 leitete im Verein mit der militärischen Niederlage und den divergierenden nationalen Interessen der Völker den Untergang Österreich-Ungarns ein, der im Herbst 1918 stattfand. Namen Der zuvor als Erzherzog Franz bekannte Monarch nahm als Kaiser einen Doppelnamen an. Zunächst war geplant, ihn nach dem Großvater, dem ersten Kaiser von Österreich, Franz I., Franz zu nennen. Schließlich entschloss man sich durch die Hinzunahme seines zweiten Vornamens Josef an den im Volk noch immer populären Reform-Kaiser Josef II. zu erinnern. Aus diesem Grund wählte man den für einen Monarchen aus dem Haus Habsburg ungewöhnlichen Doppelnamen Franz Josef I. Der ohne Bindestrich geschriebene Doppelname signalisierte somit zugleich Beständigkeit und Fortschritt. In Hinblick auf die suggerierte Ewigkeit der österreichischen Monarchie wurde der Name offiziell stets mit der römischen Ordnungszahl I. Verwendet In den anderen Ansprachen der Monarchie lautete der Name Aufgrund der allgemeinen Üblichkeit die Vornamen von Monarchen in die jeweilige Landessprache zu übertragen, gibt es auch in anderen Sprachen entsprechende Namensformen. Der Kaiser war daher auch als Francis Josef I. Off Austria und François Josef I. E.R. Dautriche bekannt. Vornamen wurden Off der in Österreich 1902-1900 Drittel eingeführten Rechtschreibreform angepasst. Ein Huldigungsbuch der Wiener Stadtverwaltung zu 60 Regierungsjahren des Kaisers gab daher seinen Namen 1908 in der Schreibung Franz Josef I. Wieder Leben Erzherzog Franz Josef Kahl war der älteste Sohn des Erzherzogs Franz Kahl von Österreich und dessen Gemahlin Prinzessin Sophie Friederike von Bayern. Und er blickte am 18. August 1830 auf Schloss Schönbrunn das Licht der Welt. Da aus der Ehe des zeugungsunfähigen Thronfolgers Erzherzog Ferdinand keine Nachkommen zu erwarten waren, sollte dessen nächst älterer Bruder die Erbfolge der Habsburger fortsetzen, weshalb der Geburt Franz Josefs am Wiener Hof besondere Bedeutung zugemessen wurde. Ferdinand war sowohl körperlich als auch geistig von schwacher Konstitution und galt daher für eine Regentschaft als kaum geeignet. Aus diesem Grund wurde Franz Josef bereits von frühester Kindheit an von seiner politisch ambitionierten Mutter konsequent als potenzieller Nachfolger auf dem Kaisertron aufgebaut. Bis zum siebenten Lebensjahr erfolgte die Erziehung des kleinen Franzi in der Obhut der Kinderfrau Luise von Sturmfeder. Anschließend begann die Staatserziehung, deren zentrale Inhalte Pflichtbewusstsein, Religiosität und dynastisches Bewusstsein waren. Der Theologe Josef Ottmar von Rauscher vermittelte ihm das unantastbare Herrschaftsverständnis göttlichen Ursprungs, weshalb es keinerlei Mitwirkung der Bevölkerung an der Herrschaft in Form von Parlamenten bedürfe. Die Erzieher Heinrich Franz von Bompellis und Oberst Johann Baptist Coronini-Kronenberg verordneten Erzherzog Franz ein enormes Lernpensum, das zunächst 18 Wochenstunden umfasste und bis zum 16. Lebensjahr auf 50 Wochenstunden ausgeweitet wurde. Ein Hauptaugenmerk des Unterrichts lag auf dem Spracherwerb. Neben Französisch, der damaligen Diplomatensprache, Latein und dem Altgriechischen wurden mit Ungarisch, Tschechisch, Italienisch und Polnisch die wichtigsten Landessprachen der Monarchie einbezogen. Weiters erhielt der Erzherzog zeithübliche Allgemeinbildung, die man später durch Rechtskunde und Politikwissenschaften ergänzte. Verschiedene Formen der Leibeserziehung vervollständigten das umfangreiche Programm. Anlässlich seines 13. Geburtstages wurde Franz zum oberstes Dragoner Regiments Nummer 3 ernannt und der Schwerpunkt der Ausbildung verlagerte sich auf die Vermittlung strategisch-taktischer Grundkenntnisse. Nach der Niederschlagung der bürgerlich-demokratisch motivierten Märzrevolution erschütterten weitere revolutionäre Erhebungen das Kaisertum. Österreich. Die Ereignisse des Jahres 1848 verdeutlichten auch die Führungsschwäche Kaiser Ferdinands und zeigten, dass er krankheitsbedingt nahezu regierungsunfähig war. Die kaiserliche Regierung um Felix zu Schwarzenberg und der Familienrat der Habsburger sahen den Rückzug des schwachen Monarchen als unausweichliches Mittel, um der Dynastie wieder Stabilität zu verleihen. Da der offizielle Thronfolger, Kaiserbruder Franz Karl, weder die Persönlichkeit noch die politischen und geistigen Fähigkeiten besaß, das Reich zu führen, sollte der erst 18-jährige Franz Josef Nachfolger werden. Auf Initiative Schwarzenbergs stimmte Ferdinand zu, krankheitsbedingt die Regierung niederzulegen. Und auf energisches Betreiben von Franz Josef Schmutter verzichtete auch Franz Karl auf seine Thronansprüche. Am 2. Dezember 1848 legte Ferdinand offiziell die Regierung nieder und Franz Josef wurde im Thronsaal der fürstbischöflichen Residenz von Ohlmütz, wohin der Hof aufgrund des Wiener Oktoberaufstands geflohen war, zum neuen Kaiser proklamiert. Der feierliche Staatsakt umfasste neben der Erklärung des Regierungsverzichts Ferdinands die Großjährigkeitserklärung Franz Josefs durch Fürst Schwarzenberg. In seiner Regierungserklärung umriss der neue Souverän seine Herrschaftsvorstellung mit den Worten fest entschlossen den Glanz der Krone ungetrübt zu erhalten, aber bereit unsere Rechte mit den Vertretern unserer Völker zu teilen. Rechnen wir darauf, dass es mit Gottes Beistand gelingen werde, alle Länder und Stämme der Monarchie zu einem großen Staatskörper zu vereinen. Zu seinem Wahlspruch erkorr er veribus unitis. Am 18. Februar 1853 verübte der ungarische Schneidergeselle Janosch Libeni ein missglücktes Attentat auf ihn. Aus diesem Anlass wurde auf Initiative seines Bruders Ferdinand Maximilian die Votivkirche gebaut. Was wiederum die Initialzündung zur Verwirklichung des Ringstraßenprojekts darstellte. Ehe und Nachkommen 1853 suchte die Dynastiebewusste Erzherzogin Sophie nach einer geeigneten Braut für ihren noch unverheirateten Sohn. Sie fasste eine Verbindung mit dem Haus Wittelsbach ins Auge und gemeinsam mit ihrer Schwester, Herzogin Ludovica von Bayern, wollte sie entweder deren Tochter Helene oder Elisabeth mit dem Kaiser vermählen. Im Sommer 1853 traf Franz Josef seine beiden Cousinen anlässlich seines Geburtstags in Bad Eil. Unerwartet zog er die 15-jährige Elisabeth ihrer Schwester Helene vor und am 19. August fand die feierliche Verlobung statt. Am 24. April 1854 erfolgte in der Wiener Augustiner Kirche vor 70 Bischöfen und Prelaten die Trauung durch Erzbischof Josef Ottmar von Rauscher. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor. Erzherzogin Sophie Friederike, Erzherzogin Gisela Lemniskate Leopold von Bayern, Kronprinz Erzherzog Rudolf Lemniskate Stefanie von Belgien, Erzherzogin Marie-Valerie Lemniskate Franz Salfator von Österreich-Toskana. Je länger die Ehe dauerte und je selbstbewusster Elisabeth wurde, desto größer wurden Distanz und Entfremdung zwischen den Eheleuten. Schockiert über das strenge Hofzeremoniell, floh die Kaiserin vor dem Leben am Wiener Hof und befand sich ab den 1860er Jahren nahezu ständig auf Reisen. Politischen Einfluss machte Elisabeth nur einmal geltend. Durch ihre sehr guten persönlichen Beziehungen zu Mitgliedern der ungarischen Hocharistokratie half sie dem Kaiser 1866-67 still, den zur Befriedung der Monarchie dringend notwendigen Ausgleich mit Ungarn zustande zu bringen. 1879 wurde die Silberhochzeit des Kaiserpaars mit dem vom Maler Hans Mackert gestalteten Festzug über die Wiener Ringstraße gefeiert. Um dem zusehends vereinsamenden Franz Josef während ihrer langen Abwesenheit Gesellschaft zu verschaffen, arrangierte Elisabeth eine Bekanntschaft mit der Schauspielerin Katharina Schratt. Die Freundschaft zwischen dem Kaiser und Frau Schratt wehrte mit einer Unterbrechung 1901 bis zum Tod Franz Josef Schimnovember 1916. Zwischen 1875 und 1888 pflegte Franz Josef eine Beziehung zu seiner Geliebten Anna Nowowski, aus der höchstwahrscheinlich die 1885 geborene spätere Helene Berg stammte. Kaiser Franz Josef hielt den Kronprinzen Rudolf von allen Staatsgeschäften fern. Nachdem Rudolf seine streng militärisch geprägte private Ausbildung nach mehreren Interventionen seiner Mutter Elisabeth beim Kaiser hatte abbrechen dürfen, widmete er sich naturwissenschaftlichen Studien und arbeitete an Brems Tierleben mit. Er war auch als Journalist in der liberalen Presse tätig, natürlich anonym und ohne Wissen seines Vaters. Auf Druck des Kaisers heiratete er 1881 Prinzessin Stefanie von Belgien, Tochter des belgischen Königs Leopold II. Der Ehe entstammte eine Tochter Elisabeth, geboren 1883. Kronprinz Rudolf starb am 30. Jänner 1889 durch gemeinsamen mit seiner Geliebten Mary Vetsera Biegenen Suizid in Meierling. Kaiserin Elisabeth wurde am 10. September 1898 in Genf Opfer des anarchistischen Attentäters Luigi Luceni. Als Franz Josef von ihrer Ermordung benachrichtigt wurde, sollen die berühmten Worte Mir bleibt doch nichts erspart auf dieser Welt gefallen sein. Das 60 Jahre Jubiläum des Regierungsantritts Franz Josef wurde im Jahre 1908 in Österreich gefeiert. In Wien fand, obwohl der Monarch davon nicht viel, hielt ein Kaiserjubiläumsfestzug auf der Ringstraße statt. Der deutsche Kaiser Wilhelm II. und sämtliche deutschen Monarchen besuchten Franz Josef in Wien. Das offizielle Ungarn beteiligte sich nicht an den Feiern. Für viele Ungarn war Franz Josef erst seit seiner Krönung 1867 legitimer Monarch. Für 1908, 1913 und 1914 wurde Franz Josef I. von Verenigke Minü, Generalsekretär des Weltfriedenskongresses in Budapest 1896 erfolglos für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Nach dem Tod Rudolfs und des Kaiserbruders Erzherzog Karl Ludwig im Jahre 1896 ging das Recht der Thronfolge auf dessen ältesten Sohn und Franz, Josef Schneffen Erzherzog Franz Ferdinand über. Allerdings waren die Nachkommen Franz Ferdinands nicht thronfolgeberechtigt, da er 1900 Gräfin Sophie Czotec geheiratet hatte, die zwar dem tschechischen Uradel entstammte, aber dem Kaiserhaus nicht ebenbürtig war. Am 28. Juni 1914 wurden Thronfolger Franz Ferdinand und seine Frau von Gavrilo Princip in Sarajevo erschossen. Franz Josef soll wenig Mitgefühl gezeigt haben und den Doppelmord laut einem Ohrenzeugen folgendermaßen kommentiert haben. Der Allmächtige lässt sich nicht herausfordern. Eine höhere Gewalt hat wieder jene Ordnung hergestellt, die ich leider nicht zu erhalten vermochte. Seiner Tochter Marie-Valerie soll er gesagt haben, es ist für mich eine große Sorge weniger. Er soll damit gemeint haben, dass er die morganatische Ehe seines Neffen nicht habe verhindern können, dass die Nachkommen Franz Ferdinands womöglich auf den Thron gekommen wären. Wehren soll eine große Sorge für ihn gewesen sein. Für einige österreichische und ungarische Politiker war das Attentat aber der Anlass, den seit Jahren gewünschten Krieg gegen Serbien anzustreben. Dem 84-jährigen Kaiser sollen sie suggeriert haben, dass der Tod seines ungeliebten Neffen die Ehre der Monarchie beschmutzt habe und sich Österreich-Ungarn gegen den kleinen, aber unberechenbaren Nachbarn wenden müsse. Jedenfalls sprach der Kaiser bereits Anfang Juli 1914 lange vor dem Ultimatum an Serbien, vom Krieg, den man spätestens ab 6. Juli 1914 mit Wissen des Monarchen anstrebte. Das Ultimatum an das Königreich Serbien zur Auslieferung der Hintermänner des Attentats und die darauf folgende Kriegserklärung Österreich-Ungarns an. Serbien lösten am 28. Juli 1914 den Ersten Weltkrieg aus. Lebensende Anfang November 1916 weitete sich eine chronische Entzündung der Atemwege Franz Josefsch zu einer Lungenentzündung aus. Trotz anhaltend hohem Fieber hielt der 86-Jährige an seinem gewohnten Tagesablauf mit immensem Arbeitspensum fest und empfing am Vormittag des 21. November wie gewohnt Besuche. Gegen Nachmittag verschlechterte sich der Gesundheitszustand rapide, bis sein Leibarzt Josef von Kerzel kurz nach 21 Uhr im Beisein enger Familienmitglieder Adjutanten und Kammerdiener den Tod feststellte. Zwei Tage später wurde sein Leichnam durch die Ärzte Kerzel, Kolisko und Ordner konserviert. Anlässlich seines Begräbnisses am 30. November entfaltete die Habsburger Monarchie zum letzten Mal ihren vollen Glanz. Unter dem Glockengeläut sämtlicher Wiener Kirchen und der Anteilnahme tausender Trauernder am Straßenrand wurde der Sarg des verstorbenen Kaisers von der Hofburg zum Requiem in den Stephensdom gebracht. Der Trauerzug führte vom Schweizer Hof über den Heldenplatz. Dann auf der Ringstraße vorbei an Oper und Kriegsministerium über den Franz Josefsgei und die Rotenturmstraße zum Stephensdom. Sein Großneffe und Nachfolger Karl I. führte den Trauerzug an, dem Vertreter der Verbündetenmächte sämtlicher deutscher Fürsten und des Hauses Habsburg angehörten. Beigesetzt wurde Franz Josef an der Seite seiner Ehefrau und seines Sohnes in der Kaisergruft im Wiener Stadtzentrum. In seinem größten Teils am 6. Februar 1901 unterzeichneten Testament, das von mehreren höchstrangigen Zeugen mit unterschrieben wurde, befasste sich Franz Josef vor allem mit den Finanzen seiner Familie. Kleine Ergänzungen von 1913 und 1914 befassten sich mit Zahlungen an die Thronfolgergattin, die Herzogin von Hohenberg, und deren Kinder sowie an Otto Windisch-Gräts Ehemann der Kaisereinkelin Elisabeth. Das Testament wurde vom Kaiser nach 1914 weder bezüglich des Krieges noch hinsichtlich seines Nachfolgers aktualisiert. Tod und Begräbnis Franz Josefsge wurden von einigen Zeitgenossen als verboten für den kommenden Untergang der Monarchie gewertet, die ihren Kaiser um lediglich zwei Jahre überlebte und im Oktober-November 1918 auseinanderfiel. Porträts Punkt, 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 Punkt